Ich bin bei Google, Strategic Partner Manager im Bereich Google Books. Ich werde heute über Google Books und Google E-Books sprechen, wobei ich gleich vorweg sagen muss, dass Google E-Books eher der kleinere Teil des Vortrags sein wird, weil wir mit diesem Projekt bislang in Deutschland nicht am Start sind und weil ich denke, dass Google Books auch interessanteres Material für diesen Vortrag und zur Diskussion bietet. Was ich eigentlich machen möchte heute, ist einige Fragen zu adressieren, die, glaube ich, immer wieder im Kontext von Google Books auftreten. Zum einen, woher kommt eigentlich dieses Projekt? Wie entstand Google Books? Was ist Google Books heute? Wie funktioniert das Produkt Google Books? Und was sind eigentlich die Vorteile für all die Parteien, die in diesem Projekt involviert sind? Was Sie sicherlich auch interessieren dürfte, sind die Schwierigkeiten, die wir bei diesem Projekt, was ja doch relativ groß ist, tagtäglich antreffen. Nicht zuletzt die Möglichkeiten, die sich vielleicht über die oberflächliche Betrachtung von Google Books hinweg bieten, mit diesem Tool. Ja, wie entstand Google Books? Dafür müssen wir ein paar Jahre zurückgehen, nämlich wirklich zu den Anfängen von Google. Sie sehen hier Larry Page und Sergey Brin, damals noch schön jugendlich, zu Zeiten ihrer Doktorandenarbeit an der Stanford University, wo sie im Digital Library Technologies Project beschäftigt waren. Es ging damals darum, zu überlegen, wie in der Zukunft Bibliotheken mit digitalen Inhalten umgehen würden. Wie also die Inhalte sowohl priorisiert als auch miteinander in Verbindung gesetzt werden könnten, wenn man alle schriftlichen Inhalte digital zur Verfügung hätte. Das war wirklich eine schwierige intellektuelle Arbeit, die es damals zu leisten galt. Und Larry Page entwickelte damals das Konzept, den Zitierindex, den Sie vielleicht aus akademischen Arbeiten her kennen, auf digitale Inhalte, genauer gesagt Webseiten zu übertragen. Dieser Algorithmus, den er damals entwickelte, hieß PageRank. Und das ist das, was wirklich Google als Suchmaschine auszeichnet und uns zu einem im Suchmaschinen-Universum besonderen Tool macht. 2002 war Google als Suchmaschine schon sehr etabliert. Aber unsere universitären Wurzeln hatten wir damals noch nicht hinter uns gelassen. Larry Page kam zu der Frage zurück, was wäre, wenn man tatsächlich alle Inhalte, die weltweit als Buch zur Verfügung stehen, digital durchsuchen könnte und per Suchmaschine den Nutzern zur Verfügung stellen könnte. Dafür galt es natürlich, eine elementare Frage zu klären. Könnte man überhaupt alle Bücher dieser Welt einscannen und digital zur Verfügung stellen? Damals gab es kaum digitale Kopien. Larry ging einfach so vor, dass er zusammen mit Marissa Meyer, einer der ersten Angestellten bei Google, ein Experiment durchführte. Die nahmen also einen 300 Seitenwälzer und schnitten die Rückseite ab. Und dann wurde wirklich mithilfe von einer Metronom und einer Kamera die einzelnen Seiten fotografiert, in regelmäßigem Rhythmus. Und nach 40 Minuten waren diese 300 Seiten digital verfügbar. 40 Minuten mag jetzt nicht so lang klingen, aber wenn man vorhat, Millionen von Werken einzuscannen, dann ist das doch eine andere Größenordnung. Das hielt Larry nicht davon ab, zu seiner Alma Mater zu gehen, die damals gerade im Prozess waren, eine digitale Bibliothek aufzubauen. Und man hatte ungefähr überlegt, dass man für die 7 Millionen Werke innerhalb dieser Bibliothek 1000 Jahre brauchen würde, um sie zu digitalisieren. Larry sagte, lass uns zusammenarbeiten, wir können das in 7 Jahren schaffen. Ab da an wurde innerhalb von Google und mithilfe der Universitäten an dieser Idee weitergearbeitet und 2004 das Projekt Google Books auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. In Zusammenarbeit mit namhaften Universitäten und deren Bibliotheken sowie berühmten Bibliotheken wie der New York Public Library. Seit 2004 hat sich natürlich Google Books extrem weiterentwickelt. Wo stehen wir heute? Es ist wirklich ein Service, der sich aus zwei Quellen speist. Angenommen, Sie gehen auf books.google.de, das ist unsere deutsche Startseite. Sie bekommen ein Produkt präsentiert, das sich aber aus diesen zwei Quellen speist, nämlich dem Bibliotheksprojekt, aber auch dem Partnerprogramm. Das Bibliotheksprojekt begannen wir vor sieben Jahren, also genau der Zeit, die Larry Page annahm, dass wir eine Bibliothek in diesen Zeitraum scannen könnten. Wir arbeiten inzwischen mit 42 Partnerbibliotheken weltweit zusammen. In diesem Zeitraum haben wir außerdem Millionen von Werken eingescannt. Sie werden sicherlich morgen auch den Vortrag von der österreichischen Nationalbibliothek hören, den ich kenne und sehr schätze. Und da werden Sie noch etwas mehr dazu, zu diesem Programm hören. Im Partnerprogramm sieht es etwas anders aus. Sie müssen sich das so vorstellen, in den Bibliotheken haben wir Zugriff auf Millionen von Werken, die schon nicht mehr Copyright geschützt sind. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir auch die Copyright geschützten Werke anzeigen können. Diese Werke werden uns von Partnern, also Verlagen, zur Verfügung gestellt. Wir arbeiten weltweit dafür mit über 40.000 Verlagen zusammen, die uns in den letzten Jahren über 2 Millionen Titel zur Verfügung gestellt haben. Und diese Titel sind für alle Nutzer einsehbar und Volltext durchsuchbar. Darüber hinaus gibt es Google E-Books bzw. Google Books in über 100 Ländern. Das heißt, Nutzer in über 100 Sprachen können auf Google Books zugreifen und das Wissen dieser Welt durchsuchen. Ein kleiner Ausblick auf das, was in Zukunft zusätzlich zu Google Books in Deutschland vorhanden sein wird. Google E-Books. Für uns ist das die natürliche Erweiterung von Google Books, denn Google Books ermöglicht es den Nutzern, Inhalte zu suchen und zu entdecken und diese auch anzusehen. Wenn ich als Nutzer jetzt allerdings ein Buch entdeckt habe, in diesem Buch geblättert habe und im Zweifelsfall auch Interesse daran gefunden habe, werde ich momentan auf die physische Version eines Buches weitergeleitet, wenn ich dieses erwerben möchte. Verlage haben uns angesprochen, dass sie gerne im Zeitalter des E-Books auch die Inhalte direkt an den Kunden vertreiben würden, also diesen Zwischenschritt herausnehmen, wo man noch einmal zu einem Buchladen gehen muss und das Buch bestellen muss. Dieser Zwischenschritt von Kaufen und dann auch Lesen im digitalen Zeitalter, den erfüllen wir mit Google E-Books in Zusammenarbeit mit Verlagen. Das Produkt gibt es bereits in den USA, in Kanada, Australien und England. In Deutschland wird es in den nächsten Jahren an den Start gehen. Ich möchte aber jetzt weiter über Google Books sprechen, weil ich denke, dass es hier einige Missverständnisse aufzuklären gibt, die immer wieder diskutiert werden und wo es vielleicht interessant ist, sich näher damit zu beschäftigen. Wie funktioniert eigentlich die Buchsuche? Beziehungsweise, was ich auch oft gefragt werde, wo finde ich eigentlich ein Google-Buch oder ein Buch in der Buchsuche? Man hört immer davon, man liest von der Buchsuche, aber es gibt nicht wirklich einen Ort, wo diese Bücher gebündelt sind, zumindest im allgemeinen Verständnis. Zunächst einmal ist es so, dass alle Bücher, die von uns im Google Books Index aufgenommen worden sind, Volltext durchsuchbar sind. Das bedeutet, dass sie dadurch auch in der traditionellen Suche, also bei Google.de, auffindbar sind. Angenommen, ich suche auf Google.de nach Hockeyschlägereffekt. Hockeyschlägereffekt ist ein relativ obskurer Begriff aus der Wirtschaft, also nicht sehr weit verbreitet. Aber es kann ja sein, dass ich zu dem Thema recherchieren möchte und dazu Google nutze. Und ich bekomme, wenn ich diesen Begriff eingebe, die traditionellen Suchergebnisse, die Sie sicherlich auch kennen. Auf den ersten Blick erkenne ich allerdings nicht, dass der zweite Link, der hier angezeigt ist, eine Google-Bücher-Ergebnisseite ist. Es ist auch mit diesen Wörtern gekennzeichnet. Wenn ich darauf klicke, komme ich nicht auf den eigentlichen Titel des Buches, sondern direkt auf die Seite und den Abschnitt, in dem mir der Hockeyschlägereffekt erklärt wird. Das heißt, ich muss weder den Titel des Buches kennen, noch den Autor, noch den Verlag. Es reicht wirklich mein intrinsisches Interesse an einem Thema, um die entsprechende Literatur dazu zu finden. Jetzt ist es nicht immer so, dass ich tatsächlich eine gesamte Seite einsehen kann. Innerhalb von Google Books gibt es tatsächlich vier verschiedene Ansichten, die dem Nutzer zur Verfügung stehen. Sollte ich jetzt nach dem Wort Bier recherchieren, auf der Seite books.google.de, bekomme ich beispielsweise diese vier Suchtreffer präsentiert, die auf den ersten Blick auch wieder alle gleich aussehen. Wenn ich genauer hinschaue, sehen Sie, dass Sie in der dritten Zeile unterhalb des Suchtreffers jeweils eine genauere Angabe finden. Beim ersten zum Beispiel keine Vorschau verfügbar, beim zweiten Auszug. Dahinter verbirgt sich, dass wir die Bücher aus den verschiedenen Quellen, also die Bücher, die in der Buchsuche präsentiert werden, die aber alle unterschiedliche Quellen haben, auch unterschiedlich behandeln und unterschiedlich darstellen, je nach Copyright-Situation. Wie genau sich das ausprägt, möchte ich jetzt im Folgenden noch einmal erläutern. Wenn ein Titel mit den Worten keine Vorschau verfügbar gekennzeichnet ist, handelt es sich um eine reine Metadatenanzeige. Das heißt, dass wir hier wirklich nur Metadaten anzeigen, die wir von einem Drittlieferanten bekommen haben. Warum? Es geht uns bei der Buchsuche darum, dass wir allen Leuten, die nach einem bestimmten Titel suchen, ein Ergebnis präsentieren können. Es geht ja darum, es heißt ja auch nicht die spezielle Buchsuche, sondern es ist wirklich eine allgemeine Buchsuche, wo ich alle Titel dieser Welt idealerweise auffinden sollte, sollte können. Das heißt, für diesen Titel haben wir auch keine Datei hinterlegt, weil wir sie weder über eine Partnerbibliothek noch über einen Partnerverlag zur Verfügung gestellt bekommen haben. Etwas erweitert ist die Version Auszug. Hierbei handelt es sich um einen urheberrichtlich geschützten Inhalt, und zwar einen Inhalt, den wir in einer US-Bibliothek gescannt haben. In den USA gibt es das juristische Prinzip des Fair Use, was übersetzt das bedeutet wie angemessene Verwendung. Das bedeutet, dass man aus Werken zitieren darf. Wir nutzen Fair Use, um für Titel, die urheberrechtlich geschützt sind, die wir aber gescannt haben, auszugsweise Ergebnisse präsentieren zu können. Pro Titel sind das maximal drei Ausschnitte, auch Snippets genannt, die sich jeweils auf wenige Wörter beschränken und genau auf den Suchbegriff, den ich eingegeben habe, zugeschnitten sind. Das heißt, in dem Fall habe ich eben nach Bier gesucht innerhalb von diesen Titeln und bekomme dann diese drei Ausschnitte präsentiert, die zu dem passen, was ich eben suche. Die eingeschränkte Vorschau ist etwas erweitert. Hier handelt es sich um einen Titel aus dem Partnerprogramm und wie Sie sehen können, sehe ich hier eine gesamte Seite. Was ich betonen möchte, ist, dass alle Verlage freiwillig mit uns zusammenarbeiten und uns diese Titel auch freiwillig zur Verfügung stellen. Die Titel sind auch nicht Volltext lesbar. Sie sind nur Volltext durchsuchbar. Das bedeutet, dass ich wieder einen Suchbegriff eingeben kann und dann rund um meinen Suchbegriff herum Seiten angezeigt kriege, die relevant für mich persönlich sind. Das bedeutet in dem Fall, ich bekomme wiederum Seiten zum Thema Bier angezeigt, aber auch nicht beliebig viele Seiten, sondern maximal 20% des Inhaltes. Ich kann auch bei einem 100-Seiten-Band nicht 20 Seiten am Stück lesen, dann bräuchte ich das Buch ja nicht mehr zu kaufen, im Zweifelsfall, sondern maximal 5 Seiten am Stück und dann werden einige Seiten ausgelassen. Ich kann das Buch auch nicht herunterladen, ich kann es auch nicht drucken oder kopieren. Am interessantesten für die Nutzer ist sicherlich die vollständige Ansicht. Die vollständige Ansicht besteht nur bei Titeln, die wir als gemeinfrei eingestuft haben und die als Bibliothekscan, also aus einer Partnerbibliothek zur Verfügung gestellt wurden. Bei diesem Titel handelt es sich beispielsweise um einen Titel der Bayerischen Staatsbibliothek. Was definieren wir als gemeinfrei? Gemeinfrei ist für uns immer ein Titel, bei dem das Urheberrecht erloschen ist, das ist gemeinhin 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Wir interpretieren das sehr konservativ, wir zeigen keine Titel an, die später als Mitte des 19. Jahrhunderts herausgegeben wurden. Ich denke, das hat Ihnen einen kleinen Eindruck davon verschafft, wie die Buchsuche tatsächlich funktioniert. Was für Vorteile hat sie aber tatsächlich für die Parteien, die an diesem großen Projekt beteiligt sind? Zunächst einmal die Nutzer. Als Nutzer ist es toll, dass ich Millionen von Titeln durchsuchen kann, auf meine Interessensgebiete hin, relevante Treffer bekomme und wie im Buchladen tatsächlich in diesem Buch blättern kann. Das heißt, auch wenn ich in einem Ort sitze, der keine Bibliothek weit und breit zur Verfügung hat, kann ich hier auf Titel zugreifen, die in den renommiertesten Bibliotheken unserer Welt vorhanden sind und dort blättern, im Zweifelsfall sogar komplett lesen. Für Verlage hat es den Vorteil, dass sie kostenlos Marketing für ihre Titel betreiben können. Die Titel sind auffindbar, sie sind teilweise ansehbar. Die Kunden werden auf die Verlagsseite weitergeleitet und dadurch werden sowohl physische Abverkäufe als auch durch Google E-Books elektronische Abverkäufe erhöht. Autoren bekommen durch Google Books eine zusätzliche Visibilität und sie bekommen außerdem einen neuen Kommunikationskanal, über den sie Kunden ansprechen können. Nicht zuletzt Buchläden profitieren von Google Books. Wir arbeiten zum Beispiel mit KNV und Libri zusammen und mit deren Hilfe können Buchläden, selbst sehr kleine Buchläden, auf ihren eigenen Webseiten Vorschauen für die Titel in ihrem Sortiment einbinden. Das heißt, sie können Kunden auch online ansprechen. Das ist etwas, was Buchläden häufig überhaupt nicht finanzieren könnten und diese Vorschau, die wir anbieten, ist komplett kostenlos. Was haben wir davon? Wir sind eine Suchmaschine und Suchmaschinen differenzieren sich gegenüber anderen Suchmaschinen durch drei Faktoren. Zunächst einmal Schnelligkeit. Wie schnell bekomme ich das, was ich suche? Dann Relevanz. Ist das, was ich als Resultat präsentiert kriege, überhaupt das, was ich wirklich sehen möchte? Das, was mich interessiert? Und auch die Breite des Angebots. Das heißt, bekomme ich bei meiner Suchanfrage nur Webseiten präsentiert oder kriege ich auch als Suchergebnis Videos oder beispielsweise Bücher geliefert? Die Bücher sind für uns also ein sehr wichtiges Element, um die Breite unseres Angebots zu erweitern. Was sind die Schwierigkeiten dieses Projekts? Die Schwierigkeiten sind eigentlich mein täglicher Job. Also ich könnte hier stundenlang erzählen, aber ich weiß, dass Max, mein Kollege, morgen auch noch etwas dazu sagen wird. Ich habe mir eine Frage herausgesucht, die ich finde auch ganz interessant demonstriert, was das für eine intellektuelle Herausforderung ist, dieses Projekt überhaupt zum Laufen zu kriegen und auch weiterzuentwickeln. Und zwar ist es die Frage, wie viele Bücher müssen wir scannen? Das heißt, wenn wir den Anspruch haben, alle Bücher dieser Welt digital verfügbar zu machen, wann sind wir dann überhaupt fertig mit dem Projekt? Und dafür müsste man ja eigentlich erst mal wissen, wie viele Titel es weltweit gibt. Wir haben damit vor einigen Jahren angefangen und haben von über 150 Metadaten-Providern Metadaten eingekauft. Wir haben insgesamt mehr als eine Milliarde Einträge bekommen. Und das schließt noch nicht mal die Bücher ein, die vielleicht nie in irgendeinem Index hinterlegt wurden. Diese eine Milliarde Metadaten-Einträge enthielt 400 Millionen Doppelungen. Jetzt sagt natürlich, steht nicht an jeder Doppelung Doppelung dran, sondern man muss erst mal erkennen, dass das der gleiche Titel ist, der schon vorher aufgenommen wurde. Außerdem 8 Millionen Mikrofilme. Auch die Mikrofilme geben sich nicht gleich zu erkennen, sondern man muss algorithmisch erkennen, dass es sich hier um Mikrofilme handelt. Genauso bei 4,5 Millionen Tonaufnahmen, 2 Millionen Landkarten und 2 Millionen Videos. All diese Dinge muss man erst mal erkennen, und zwar auf mathematischer Basis, weil man keine Person dran setzen kann, die jeden einzelnen Eintrag durchgeht. Auch 1.000 T-Shirts wurden seltsamerweise aus Büchern deklariert, und was wir doch sehr schön fanden, war ein Bratenthermometer, wo es sich anscheinend um einen April-Scherz handelte. Zum August 2010 hatten wir damit ungefähr 130 Millionen Bücher weltweit festgestellt. Diese Zahl ist natürlich relativ arbiträr, weil sie täglich wächst und bei der Rate, wie heutzutage publiziert wird, schon längst wieder angestiegen ist. Ein weiteres Thema, was ich noch kurz ansprechen möchte, ist das der Möglichkeiten. Das ist ein Thema, was vielleicht nicht immer so präsent ist, und ich möchte hier auf Möglichkeiten eingehen, die nicht unbedingt auf der Hand liegen. Zum einen Zufälle. Links sehen Sie Helen Berman, auf der rechten Seite Lieutenant Connell Keefe. Die beiden haben sich seit 67 Jahren nicht gesehen. Helen war als kleines Mädchen 1944 in Rotterdam in einem Dachboden versteckt. Sie war Jüdin und mit ihr im Versteck war Lieutenant Connell Keefe, ein abgeschossener US-General. Nach dem Weltkrieg sahen sich die zwei 67 Jahre nicht mehr wieder, bis Helen den Namen der Familie, wo sie sich versteckte, und die Adresse bei Google eingab und tatsächlich auf einen Buchstoß stieß, in der Buchsuche, wo nicht nur die Adresse und der Familienname erwähnt war, sondern ihre eigene Geschichte erzählt wurde. Es handelte sich dabei um die Biografie von Lieutenant Connell Keefe, die seinen Sohn verfasst hatte. Sie kontaktierte den Autor und Helen und Lieutenant Connell Keefe trafen sich diesen Sommer wieder. Das hier ist Bob. Bob the Builder, wie wir ihn nennen. Hinter ihm ist sein 1906er Oldsmobile Model B Runabout. Wie man sieht, ein echter Autonar. Er hat dieses Gefährt selbst gebaut. Es ist tatsächlich auch fahrtüchtig. Und um es zu bauen, hat er über 100 Google E-Books, beziehungsweise Google Books verwendet. Und zwar alte Ausgaben von Popular Mechanics, Horseless Age, lauter Materialien, an die er sonst nicht rangekommen wäre, weil er in einem relativ entlegenen Örtchen in Amerika wohnt. Er arbeitet schon an seinem nächsten Modell und davon bekommen wir hoffentlich auch ein Foto. In eine etwas andere Richtung geht diese Geschichte. Culturenomics, ein, man könnte sagen, neues Studienfach, was hauptsächlich an Harvard und MIT entwickelt wurde. Wir haben zusammen mit Harvard und MIT an einem Projekt gearbeitet, dem Engram Viewer, der auch öffentlich zugänglich ist. Der Engram Viewer ist ein Tool, mit dem man den gesamten Index der Google-Buchsuche auf bestimmte Stichwörter durchsuchen kann und deren Häufigkeit über den Zeitverlauf anzeigen kann. Ich habe hier beispielsweise einmal im deutschen Korpus ab 1887 den Geburtsjahr von Marc Chagall nach Marc Chagall gesucht. Und wie Sie sehen, wie man erwarten würde, steigt über seine Lebenszeit hinweg seine Berühmtheit und seine Erwähnung in der Literatur stetig an. Bis ab 1920 plötzlich diese Berühmtheit wieder abzufallen scheint. Um 1940 herum auf einen Tiefpunkt gelangt, aber um 1950 herum ganz normal alte Höhen erreicht und weiter ansteigt, wie wir es von anderen Berühmtheiten in dem Zusammenhang kennen. Was ist hier passiert? Marc Chagall war ein jüdischer Künstler und seine Erwähnung fand viel in der deutschen Literatur in diesem Zeitraum der Zensur zum Opfer. Das heißt, selbst wenn man nicht wüsste, was damals in Deutschland politisch der Fall war, könnte man anhand dieses Engrams, wie wir es nennen, feststellen, dass politische Einflüsse den Kulturtrend geprägt haben. Ich finde, das bringt zu einem schönen Abschluss unser Projekt bzw. zeigt, dass wir immer noch unseren akademischen Wurzeln treu sind und führt auch auf unser Motto hin bzw. spielt gut in unser Motto rein, was es nämlich ist, die Informationen der Welt zu organisieren und universell zugänglich und nützbar zu machen. Das sind übrigens Larry und Sergey in unserer Hot Tub. Vielen Dank.